Übungsbuch, ein Kurs in Wundern, Nummer 11. Was ist die Schöpfung? Seite 462. Die Schöpfung ist die Summe aller Gedanken Gottes, unendlich an der Zahl und überall ohne jede Grenze. Nur die Liebe erschafft und nur wie sich selbst. Es gab nie eine Zeit, wo all das, was sie schuf, nicht da war. Auch wird es niemals eine Zeit geben, in der irgendetwas, was sie schuf, irgendeinen Verlust erleidet. Auf immer und auf ewig sind die Gedanken Gottes ganz genau so, wie sie es waren und wie sie sind. Unverändert durch die Zeit und nachdem die Zeit vorbei ist. Den Gedanken Gottes ist alle Macht gegeben, die ihr eigener Schöpfer hat. Denn durch ihre Ausdehnung möchte er die Liebe mehren. So hat sein Sohn Teil an der Schöpfung und muss daher teilhaben, an der Macht zu erschaffen. Was nach Gottes Willen ewig eins sein soll, das wird noch immer eins sein, wenn die Zeit vorüber ist und wird auch durch den Lauf der Zeit nicht verändert werden, sondern bleiben, wie es war, bevor der Gedanke der Zeit begann. Die Schöpfung ist das Gegenteil aller Illusionen, denn die Schöpfung ist die Wahrheit. Die Schöpfung ist der heilige Sohn Gottes, denn in der Schöpfung ist sein Wille in jedem Aspekt vollständig, weswegen jeder Teil das Ganze voll enthält. Die Unversehrtheit seines Einsseins ist verbürgt auf ewig, auf ewig gehalten in seinem heiligen Willen, jenseits jeder Möglichkeit von Schaden, Trennung, von Unvollkommenheit und irgendeinem Flecken auf seiner Sündenlosigkeit. Wir sind die Schöpfung, wir sind die Söhne Gottes. Wir scheinen getrennt zu sein und unserer ewigen Einheit mit ihm unbewusst. Doch hinter allen unseren Zweifeln, jenseits all unserer Ängste, herrscht nach wie vor Gewissheit. Denn die Liebe bleibt bei all ihren Gedanken und ihre Sicherheit ist die ihre. Die Erinnerung an Gott ist in unseren heiligen Geistern, die ihr Einsein und ihre Einheit mit ihrem Schöpfer erkennen. Lass unsere Funktion nur sein, zuzulassen, dass diese Erinnerung zurückkehrt, dass nur Gottes Wille auf Erden geschieht, dass wir der geistigen Gesundheit zurückerstattet werden und nur so sind, wie Gott uns schuf. Unser Vater ruft uns, wir hören seine Stimme und wir vergeben der Schöpfung im Namen ihres Schöpfers, der Heiligkeit selbst, deren Heiligkeit seine eigene Schöpfung mit ihr teilt. und deren Heiligkeit noch immer Teil von uns ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.